Applaus Applaus ... ... ... ... ... ... ... ... Applaus 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 Der Vorabschlusser ist immer sehr schwierig. Wir haben in den Momenten, dass wir alle действия in die Analyse haben. Wir haben vier vier Diener, vier Diener, in wir haben wir in den Tekmen. Das ist sicherlich, dass wir im Tekmen nicht, dass wir im Tekmen, dass wir im Tekmen nicht, dass wir im Tekmen, dass wir im Tekmen nicht, dass wir im Tekmen, dass wir im Tekmen, dass wir im Tekmen, in der Zeit ist es im Tekmen. Wir haben uns in der Karten, dass wir in der Karten gewissem Tekmen. Die Analyse werden wir im Tekmen nicht mehr. Wir haben wir nicht mehr Tekmen. Wir müssen wir das in den wichtigsten Teil des Spiels, Wir müssen uns anschauen und analysieren und sehen, was in unserer Spielzeit nicht funktioniert. Das ist alles gut. Wir sehen uns in die Gruppe, die wir in der Zeit haben. Die Automatismen sind bereits präsentiert. Sie sind bereits in der ersten Zeit. Das ist eine negative Nota. Aber für mich ist das andere. quachen wjö hier hier ja die hier Vielen Dank.